Moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal! Ich mache jetzt kein neues Minecraft-Video und sondern ich bin hier bei einem alten gruseligen Horror weil sich viele von meiner Klasse, es gibt Geister, zwei gewünscht haben werde ich das jetzt machen und das ist ziemlich creepy ähm, man sieht fast nicht gut ja und das ähm Schreibt mir mal in die Kommentare, ob ich hier reingehen soll weil es war eigentlich geplant, dass Golden Style 44 auch dabei ist ja, um Schreibt, ehrlich, wie ich schon gesagt habe, wo dann nötig dass Golden Style 44 auch mitgeht, aber er hat sich nicht getraut man sieht es gerade wirklich nicht es ist wir machen, das Haus ist auch schon baufällig das kann man auch nochmal sehen und Leute, ich glaube, ich gehe hier rein soll ich jetzt drehen? Na oder nicht jetzt wirklich gehen da sind nämlich auch Niedelrof sie sehen wie ziemlich creepy schlappen okay wir gehen jetzt eine, da ist Anu ein not ne wir gehen ja ja wir stehen vielleicht wo aberланliche wie es ist, ob es zutf Gehen wir mal da zurück. Sie ist da. Ehrlich, schieß. Warte mal. So geht's raus. Können wir schauen. Da wurde ein Eingang zugemacht, oder? Ja. Mein Gott, was ist dahinter? Ich weiß nicht, dass die andere Raum sind. Oder? Ja, ich bin... Ja. Nein, ich schaue... Ich schaue mal ein bisschen. Ich kann noch gleich nach. Nein, nein. Ich bin... 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 das ist die Krippe und siehst du nichts es ist niemand er hatte das Wort mit dem Video lassen bleibt und ein Abo da um auch eine kleine Mangel zu werden und sogar der Mangel gegen dazu zu erhören